Ich begrüsse euch ganz herzlich am 7. Juli Hier im Chapter Hofburg zu Wiel. Es ist ein besonderer Tag, weil wir Delegierte aus dem Nachbar-Chapter Frauenfeld. Ganz herzliches Willkommen hier. Speziell begrüssen möchte ich natürlich Nico Lundkrim, der feinen Partnerdirektor von BNI in der Schweiz. Es gibt ganz viele Organisationen und Vereine und Clubs. Angefangen bei Rotarier, ganz bekannt, Kiwanis Lions. Es gibt aber auch Marketing-Club oder Golf-Club. Überall trifft man nette Leute. Aber nien ist das Thema Geschäft im Vordergrund. Und das gefällt mir bei BNI, denn da geht es nur um Geschäft. Und es ist für mich die beste Möglichkeit, interessante Geschäfte zu generieren oder wertvolle Kontakte zu knüpfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017